Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Video. AMD stellt heute den 9600X und 9700X vor und wir haben letzte Woche Donnerstag einen 9700X bekommen. Das heißt, ich habe die letzten Tage damit verbracht, die CPU zu testen und das werden wir uns heute in diesem Video anschauen. Du bist auf der Suche nach einem überzeugenden Cloud Provider? Dann bist du bei Hetzner genau richtig. Als ein führender Hosting Provider mit eigenen Hightech-Rechenzentren bietet Hetzner DSGVO-konformes Hosting zu unfassbaren Preisen. Ihr habt bei mir schon häufiger gehört, dass Hetzner die hunderttausende Server an mehreren Standorten in Europa und den USA betreibt und seit neuestem jetzt auch in Singapur. Hetzner Cloud-Server sind dabei nicht nur mehrfach preisgekrönt, sondern auch super benutzerfreundlich, sofort verfügbar und flexibel skalierbar. Klick auf den Link in der Beschreibung und schau direkt bei Hetzner vorbei. Ich habe mich grundsätzlich dazu entschieden, in den heutigen Benchmarks keine Intel CPUs mit aufzunehmen, weil davon auszugehen ist, Intel arbeitet gerade an einem Microcode-Update, um die Probleme zu fixen, dass dadurch die Leistung der Intel CPUs etwas gesenkt wird, auch wenn es vielleicht nur ein, zwei, drei Prozent sein werden. Ich weiß es nicht genau. Ist es ein Performance-Unterschied und wenn das Update dann in ein, zwei Wochen kommt, wären meine Benchmarks in ein, zwei Wochen eben falsch. Dementsprechend werden wir das nur mit anderen AMD-CPUs vergleichen. Ich denke, am interessantesten sowieso der 9700X, den wir hier haben, der Achtkerner, gegen den vorherigen Achtkerner, den 7700X und auch gegen den populären 7800X 3D. Alle CPUs wurden auf der gleichen Plattform verglichen, was auf jeden Fall Vorteile hat, um irgendwelche Performance-Probleme zu umgehen. Also wir haben einen Asus X670E Hero Mainboard. Ich habe den aktuellen Chipsatz-Treiber, aktuelles das BIOS. Das BIOS wurde auch von AMD zur Verfügung gestellt. Aktuelles der Nvidia-Treiber-Version Windows und so weiter. Also wirklich alles auf dem aktuellsten Stand. Und dementsprechend für alle CPUs das gleiche. Ich habe im Test 7600X, 7700X, 7800X 3D und eben den 9700X. Alle Tests habe ich mit einem 32GB-Kit gemacht, 2 x 16GB, 6000C30. Grundsätzlich ist es so, dass der 9700X jetzt offiziell höheren Rahmtakt unterstützt als vorher. Vorher waren es 5200, jetzt sind es 5600. AMD hat in einer offiziellen E-Mail darum gebeten, die CPU mit 6000 zu testen, was ich ein bisschen fragwürdig finde, weil AMD, wenn ihr das haben wollt, dann solltet ihr eigentlich auch offiziell 6000 MHz mit Garantie supporten. Ansonsten danach zu fragen, finde ich einfach ein bisschen weird. Für mich persönlich macht es keinen großen Unterschied. Wir haben ja alles auf der gleichen Plattform getestet, also alles mit dem gleichen RAM und auch nicht gegen Intel. Deswegen ist es mir eigentlich egal. Trotzdem finde ich das Vorgehen ein bisschen komisch. Um den ersten Eindruck zu bekommen, schauen wir einfach mal ganz kurz in das System rein. Also wir haben hier den 9700X, 4 Nanometer, das ist ein Unterschied. Also die CPU-Kerne sind jetzt eben im neuen und kleineren Fertigungsverfahren hergestellt und wir haben hier, wie gesagt, das Crosshair Hero mit der BIOS-Version 22.01, die wir eben von AMD bekommen haben. Wir machen jetzt einfach mal ganz kurz einen Cinebench Run, damit ihr das so ein bisschen seht, wie die CPU sich unter Last verhält, zumindest mal Multicore-technisch. Natürlich nicht vergessen, dass Hardware-Info so 3 bis 5 Prozent Leistung klaut im Hintergrund. Wir sehen jetzt aber erstmal hier Taktraten, Multicore und der Last sind wir hier bei ungefähr 4,4 bis 4,5 GHz. So ganz, ganz grob kann man das sagen. Und was wirklich krass ist, was euch jetzt direkt mal auffällt, was ist bei den Temperaturen los? Die sind unfassbar niedrig. Das ist das, was AMD auch schon angekündigt hat, dass hier was geändert wurde. Beim Auslesen der Sensoren, die sind nicht mehr an der gleichen Position, wie das beim 7700X der Fall war. Dementsprechend nicht vergleichbar und wir haben hier Temperaturen unter 60 Grad Celsius, Leistungsaufnahme auch sehr gering, unter 90 Watt. Haben wir jetzt hier 18.500, wie gesagt, das ist ein bisschen weniger, als man normalerweise hätte, weil CPU-Set und Hardware-Info offen ist, aber dazu kommen wir dann gleich nochmal. Wenn wir uns jetzt mal fünf gemittelte Durchläufe von Cinebench R23 anschauen, dann sehen wir interessanterweise gar keinen wirklichen Performance-Unterschied zwischen dem 7700X und dem 9700X. Also es ging hier von 19.400 auf 19.500 Punkte. Das sind 0,3% und das ist aus meiner Sicht damit nicht wirklich erwähnenswert. Wirklich beeindruckend ist die gesunkene Leistungsaufnahme von glatt 40% weniger, also von 145 Watt unter Last auf 88 Watt unter Last. In allen Diagrammen seht ihr wie üblich in gelb den Performance-Wert, also zum Beispiel FPS oder die Punkte im Benchmark. Ihr seht in blau immer die Leistungsaufnahme unter Last im Durchschnitt, also nicht die maximale, sondern zum Beispiel, wenn ich einen Gaming-Benchmark gemacht habe und er dauert fünf Minuten, dann ist das die durchschnittliche Leistungsaufnahme über diese fünf Minuten, also das, was für euch auch realistisch zählt. Und dann bei Spielen dann zusätzlich noch in braun dargestellt die 1% Low-FPS. Also zurück zu Cinebench, der 9700X ist auf dem gleichen Level wie der 7700X und wie schon in der Vergangenheit ist der 7800X 3D hier nicht so stark und etwa 7% langsamer. Weiter geht es mit HW-Bot X265-Benchmark, das ist ein H265-Video-Encoding, einfach noch um einen zweiten Produktions-Benchmark mit dabei zu haben. Hier sehen wir aber das gleiche Bild eigentlich wie bei Cinebench, der 7700X und 9700X sind gleich schnell. Dafür ist der 9700X dafür wieder sehr, sehr effizient und braucht ca. 26% weniger Strom als der 7700X. Auch hier in diesem Szenario wären die CPUs besser als der X3D. Damit kommen wir auch zu den Spiele-Benchmarks, alles getestet mit einer RTX 4090 und etwas niedrigeren Auflösungen als man das eigentlich macht. Dementsprechend mehr im CPU-Bottleneck. Wir starten mit Remnant 2 und auch hier sehen wir, was eigentlich erwartet war. Der 7800X 3D ist im Gaming nach wie vor einfach wirklich extrem stark. Minimum-FPS vom 7800X 3D, 7700X und 9700X unterscheiden sich aber insgesamt wirklich wenig. Dafür ist der X3D im Durchschnitt etwa 18% schneller. Betrachten wir nur den 7700X und 9700X, sehen wir aber keinen wirklichen Unterschied und das betrifft sowohl die Leistungsaufnahme als auch die Performance. Im aktuellen Assassin's Creed Mirage braucht der 9700X etwa 9% weniger unter der Last und ist gleichzeitig etwa 2% schneller als der 7700X. Der Performance-Unterschied zum 7800X 3D liegt dafür immer noch bei 16% im Durchschnitt. Gleichzeitig braucht der 7800X 3D etwa 20% weniger unter der Last. Im Cyberpunk 2077, was wir uns gerade anschauen, generell wieder. Ich benutze nicht den Ingame-Benchmark, sondern immer eine eigene Ingame-Szene, die auch einfach länger dauert und damit aus meiner Sicht ein bisschen genauer ist. Im Cyberpunk musste ich aber feststellen, dass meine CPU irgendwie minimal langsamer war als der 7700X, was mich erst wirklich stutzig gemacht hat. Dann habe ich das Ganze fünfmal getestet, also fünfmal fünf Minuten, habe daraus den Durchschnitt gebildet und es war immer noch langsamer. Habe dann mit anderen Tech-Kollegen gesprochen und auch bei denen war es teilweise so, dass in manchen Szenarien auch die neuen CPUs teilweise langsamer sein könnten als die alten. Also ich weiß nicht woran es liegt, aber ich habe es mehrfach getestet und das Problem scheint weiter so zu sein. Wir haben entsprechend halt zwei FPS weniger bei dem 1% Low, aber dafür auch 20 Watt weniger Leistungsaufnahme unter Last. Wie zuvor bei den anderen Benchmarks, dominiert aber einfach der 7800X 3D ganz deutlich. Jetzt kommen wir noch zu High-FPS-Shootern Valorant und Counter-Strike 2, die habe ich in etwas höherer Auflösung getestet, weil selbst bei 1440p oder 4K diese Spiele halt mit 4090 immer noch im CPU-Limit sind bei mir. Bei Valorant war überraschenderweise der 9700X deutlich stärker als der 7700X bei gleichzeitig geringerer Leistungsaufnahme. Ich habe hier einen Performance Plus von 26% beobachtet, was mich wirklich überrascht hat. Auch hier, weiß nicht woran es liegt, habe es mehrfach getestet, aber ist immer noch so. Trotzdem liegen wir 19% hinter dem X3D. Bei Counter-Strike 2 in 1440p allerdings wieder das gleiche Bild wie bei den anderen Spielen, etwa 3-4% schneller als der 7700X. Bei minimal weniger Leistungsaufnahme, aber eben wieder deutlich hinter dem 7800X 3D. Im ersten Moment kann man bei mir also sagen, dass sowohl 9700X als auch 7700X in Multicore-Anwendungen gleich performen, gleichzeitig der 9700X deutlich geringere Leistungsaufnahme, ca. 30-40% weniger. Das ist wirklich eine Hausnummer. Im Gaming sieht es aus meiner Sicht anders aus. Da ist der Unterschied wirklich klein. Also wir haben hier ja Szenarien, die CPU-Bottleneck sind, trotzdem meistens im Schnitt ca. 3-6% schneller die neue CPU. Das ist einfach nicht wirklich der Rede wert und auch hier kommt die Effizienz nicht so wirklich zum Tragen, weil unter Last im Gaming die Leistungsaufnahme der CPU einfach nicht ganz so hoch ist. Da haben wir dann 5 bis 10 Watt weniger unter Last. Und wenn man das Ganze dann eben im Verhältnis zum Preis sieht, dann ist das aus meiner Sicht eigentlich nicht so wirklich beeindruckend. Also der 9700X soll laut meinen aktuellen Informationen 399 Euro kosten. Vergleichen wir das mit dem 7800X 3D, der eben günstiger ist und viel viel schneller, dann würde ich im ersten Moment sagen, im Gaming lohnt sich der 9700X auf keinen Fall. Aber da könnt ihr mir gerne mal Kommentare da lassen, wie ihr das seht. Ich hatte euch am Anfang gezeigt, wie die CPU sich im Cinebench verhält, dass die CPU-Temperatur sehr sehr niedrig ist und dass auch die Leistungsaufnahme einfach verglichen mit dem 7700X extrem niedrig ist. Aus meiner Sicht hat AMD hier einfach die Leistungsaufnahme so stark begrenzt, dass die CPU extrem effizient wirkt, ist sie eben auch verglichen mit dem 7700X. Dafür aber eben nicht die Performance gut machen kann, wann diese eigentlich gut machen könnte, weil das ist ziemlich interessant. Deswegen gehen wir jetzt einfach mal kurz in Spyros und schalten mal kurz PBO frei, also die Leistungsaufnahme der CPU und schauen uns an, wie sich das verändert. Also wirklich nur in Spyros dann Precision Boost Overdrive und dann setzen wir Precision Boost Overdrive einfach auf Manual und man kann das sicherlich noch viel, viel weiter tweaken und vernünftig einstellen, aber einfach nur, wenn man das komplett freischaltet, sieht das schon sehr interessant aus. Lassen wir jetzt den Cinebench R93 laufen, dann kann sich die CPU eben deutlich mehr gönnen. Wir sehen hier, wir haben jetzt hier nicht mehr die knapp 90 Watt, sondern 160 Watt. Die CPU wird dadurch viel, viel wärmer, also kommt dem, was man vorher bei den Ryzen 7000 gesehen hat, deutlich, deutlich näher mit der 90 Grad, die wir jetzt hier unter Last sehen. Aber, guckt euch mal das hier an. Die CPU taktet jetzt nicht mehr auf 4,4 bis 4,5, sondern auf 5,2 bis 5,3 Gigahertz. Dementsprechend sehen wir jetzt hier, wenn der Benchmark durchgelaufen ist, auch 22.200 Punkte. Ich meine, schaut euch das jetzt hier mal an im Cinebench, wenn das ohne Hardware Info gemacht ist, dementsprechend auch die Performance und die Leistungsaufnahme passt. Klar, der 9700X zieht jetzt hier 166 Watt und das ist deutlich mehr als vorher, ist aber damit auch 21% schneller und das ist einfach nur durchs Freischalten von PBO. Es ist also wirklich krass, wie viel Potenzial in dem 9700X steckt. Wahrscheinlich auch für Overclocking, dazu bin ich jetzt in dem Video nicht mehr gekommen, aber wenn man einfach nur der CPU mal ein bisschen mehr Leistungsaufnahme zulässt als diese 90 Watt, dann ist es wirklich krass, was da an mehr Performance rauskommt. Einfach ohne wirklich weiter was zu optimieren und ich frage mich, ob es nicht besser gewesen wäre von AMD, ein bisschen mehr zu erlauben, als das, was wir gesehen haben, weil aktuell ist ja so, dass der einfach keinen Performance-Vorteil bietet gegen den 7700X, zumindest mal im Multicore-Testing, aber mit ein bisschen mehr Leistung wäre da schon echt mehr drin gewesen und dann wäre es vielleicht auch ein bisschen beeindruckender für den Launch geworden. Ich habe mir das dann auch mit anderen Benchmarks natürlich angeschaut mit dem freigeschalteten Power Limit. In HWBot X265 Video Encoding ist es ungefähr das Gleiche. Wir haben hier 18% mehr Performance als beim 9700X im Ausgangszustand. Bei den Spielen hat es allerdings keinen so großen Einfluss, weil die Spiele einfach dann nicht so sehr an die Leistungsaufnahmegrenze kommen. Also die CPU zieht einfach dann nicht so viel Saft. Ihr könnt hier an der Stelle auch einfach pausieren und euch die Spiele genauer anschauen, wenn ihr das wollt. Meistens reden wir hier aber von 1 bis 4 FPS Performance Unterschied, ist jetzt nicht so erwähnenswert. In Counter-Strike weiß ich nicht, warum. Da war die Performance ganz kleines bisschen niedriger als ohne PBO. In Valorant dafür 7% schneller mit offenem PBO und es liegt einfach daran, weil die CPU hier bis zu 100 Watt zieht und mit nicht freigeschalteten Power Limit nur 90 Watt. AMD hat beim 9700X also vielleicht mit PBO die CPU ein bisschen zu krass gezügelt. Da hätten sie einfach mit ganz ganz einfachem Weg mehr Performance rausholen können. Finde ich aber nicht schlimm, weil man kann es ja selber machen. Das ist ein Setting, das dauert 30 Sekunden. So ist die CPU sehr effizient. Wenn man sich die Performance gönnen will mit mehr Leistungsaufnahme, dann kann man das machen. Mehr Leistungsaufnahme ist auch drin, wenn man die CPU übertaktet. Ich bin da, wie gesagt, nicht so im Detail dazu gekommen. Das machen wir im nächsten Video, aber ich will euch das trotzdem schon mal ganz kurz zeigen. Ich habe die CPU jetzt mal wirklich ganz einfach auf 5,4 GHz übertaktet. Viel mehr ist so auch nicht drin, weil die 360er AIO sonst limitiert. Aber ich will euch einfach mal zeigen, was da noch an Performance in der CPU schlummert. Vor allem, wenn man die dann noch besser kühlt. Dazu kommen wir dann wahrscheinlich mal mit Custom Wasp Kühlung. Ich lasse jetzt gerade erst mal den Cinebench im Single Thread Test durchlaufen, um euch das zu zeigen. Vor allem, weil das erst mal ewig dauert. Die 2057 sind aber nicht so beeindruckend, wie das, was wir jetzt im Multi sehen werden. Natürlich wieder hohe Leistungsaufnahme. Ähnlich wie einfach mit freigeschalteten Power Limit, aber eben höherer Takt. Ca. 100 MHz, 150 MHz. Thermisch sind wir hier, wie gesagt, mit der 360er AIO im Limit. Und wir sehen es halt am Ende ca. 23.000 Punkte. Ich habe das Ganze natürlich nochmal clean gemacht. 5 Durchläufe und auch mit 25 MHz mehr. Das war dann das Limit. 24.300 Punkte im Schnitt. Das sind 25% mehr als im Ausgangszustand und wirklich für eine 8-Kern-Ryzen-CPU beachtlich viel. An dem Punkt kommt man aber mit der 360er AIO einfach nicht weiter. Deswegen mache ich das dann im weiteren Video oder Köpfe und dann vielleicht die CPU auch mal schauen uns an, was da noch geht. Abschließend muss man sagen, dass es einfach auf den Anwendungsfall darauf ankommt, ob der 9700X wirklich nur im Ansatz Sinn macht. Für alles im Gaming würde ich nach wie vor sagen, der 7800X 3D wesentlich bessere Option. Der ist im Schnitt deutlich schneller und ist natürlich sparsamer und ist auch noch günstiger. Wenn man das einfach nur aus dem Gaming-Aspekt betrachtet, macht der 9700X erstmal so gar keinen Sinn, vor allem wenn man die CPU nicht anfassen will. Also wenn man kein PBO machen will, kein Overclocking, dann macht das nicht wirklich Sinn. Andererseits macht mir der 9700X sehr, sehr viel Spaß, weil man tatsächlich was optimieren kann und tatsächlich mit ein paar Änderungen sehr, sehr viel Performance rausholen kann, was heutzutage wirklich selten der Fall ist. Und das macht Spaß und da freue ich mich auch auf der 9950X, weil das auch eine CPU ist, die man dann frei übertakten können wird. Bin ich sehr gespannt. Also grundsätzlich, wenn man den 9700X sich holen will, fürs Gaming aus meiner Sicht macht es wirklich keinen Sinn, weil die CPU dafür einfach keinen wirklichen Vorteil gegenüber dem Vorgänger bietet. Vor allem wenn man den Preis betrachtet, könnt ihr mich auch gerne wissen lassen, was ihr davon haltet. Aber könnte eine sehr spannende CPU werden, wenn man die übertakten möchte. Damit bin ich durch für dieses Video. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis zum nächsten Mal.